Hier, geh ganz hoch, einmal ganz dringend vorseitig. Hier, geh einmal ganz hoch, ganz hoch. Ganz dringend, geht's hier noch zu. Ah, super, ah, super. Schnell. Prima, super. Oh, no. Ja, hallo. Ja, moin Rüdiger, ich muss es auch. ...de 1916. Aber dann, wiederum, in der Erwartung von der K上面, in der Welt der Kunde, in der Kunde, in der Stitt Karlsruhe, in der Kunde, in der Kunde, in der Kunde, in der Kunde, Entriamo nella Chiesa, per favore non fa fotografie col flash, senza flash, senza flash per favore, per favore tutta la fotografia anche video ma non col flash, per favore. St. Michael, St. Michael Church, First Hand Church, in a Baroque Style. Undrivede, Presidente, Allright, 12.10, 12.10, please. Pass auf, wir lassen die Leute hier schon aus. Lässt sie hier raus, ja? For example, a bombman enters the city, just at this moment he got free protected with the laws of the city. Therefore the phrase a city gives liberty. Wir haben ungefähr 1.800.000 Inhabitants und ungefähr 2.500.000 Inhabitants. Und die Antikstadt der Hamburg bedeutet Lübeck und Wismar und etwas mehr. Und das war die Föderation von Merchants und Checktowern. Wir sind hier in Hamburg. Nach der Fluss ist der Fluss aus. Das sind die Fluss mit einem Wismar von Schwester. Wir sind hier in der Fluss auf die Fluss. Das ist ein bisschen, was wir sagen. Wir haben hier in der Fluss. Wir haben hier in der Fluss, der Fluss ist. Und hier ist Morse Moistur, Hummel. Aber das Name war ein sehr schlechter Name. Daher wurde er wieder Morse Moistur. Auf der leften Seite sieht man das Stadtzentrum des Hamburgs. Hier sieht man die St. Michele. Und man sieht auch die TV-Tower. Hier sieht man auch die Torre der Frisur. Das ist der Stadtzentrum des Hamburgs. Das ist der Stadtzentrum des Hamburgs auf der leften Seite. Hummel. Es ist ein Souvenir in Italien. Das ist der Stadtzentrum des Hamburgs. 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 Und die Stadtzentrum des Hamburgs. Das ist der Stadtzentrum des vormen parfois auf diabene bloccellums. Das ist der Stadtzentrum des givella hier ... Also es steckt in die Stadtzentrum des Almaen von Re Serie. Im Zentrum des SDNs sind auf 20 Tagen die B Reading. Das ist der Pfandzentrum des MDRs. Das ist eine Railway Station, ja? Du siehst es auf der leften Seite. Da vorne, rechts und da rein. Ok, da oben. Prima, super! Kann ich mir Zeit mehr lassen zum Shopping? Ich sage mal, bevor Sie beenden im Tempo, dass Sie viele Fahrer auf dem Pupillar Shopping fahren. Die Rippaban, in der St. Pauli, in der ganzen Welt ist ein Diverdimenti, Dombarst, Cinema, Luce Rosse, Sporarelli, Discoteche, Sala di Giochi. Und der ganzen Stadt ist ein Tag, aber St. Pauli ist auch eine Zuhause für die Jugendliche und für die Eltern. Ja, die Rippaban ist eine Straße in der Stadt von St. Pauli, das ist sehr gut in der ganzen Welt. Es ist eine Rettung, Discoteche, Gämblinghaus, und etwas mehr. Dieser Stadt beginnt, von 10 Uhr in der Nacht bis 6 Uhr am nächsten Morgen. Hier sind die Beetle gut in der Welt. Und da ist ein Quad der Beetle-Square. Da sind Beetle-Square in Stainless-Steel. Aber St. Pauli ist der ganze Stadt bei Bayer-Jürgen. Aber St. Pauli ist ein großes so hochwertig, aber geht nicht weiter. Aber nicht der Tag jetzt ist er gleich. Einen großer Schicht, weil da normalerweise ein Rad links ist. Aber trotzdem versucht sie da zu halten und macht vielleicht die Blinkanlage an. Aber ich glaube, nicht jetzt, oder nicht, machst die Blinkanlage da. Da ist der Beatles-Platz, auf der linken Seite, siehst du, da, und dann hältst du da rechts davor, also fährst nicht in die kleine Straße rein, dann hältst du davor, und ich glaube, die Radfahrer, die müssen sowieso, die dürfen nicht auf der Straße weiter, die müssen sowieso in die kleine Straße da hineinfahren. Jetzt gar nicht mehr so viel Radfahrer, ne, ich sehe keine, nein, aber ich kann nicht, ja, pass auf, es ist was, die müssen normalerweise, die dürfen nicht gerade, ja, ja, ganz gut, pass auf, fahr weiter, 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 ich sag der Manuel Hetz. Okay, so, okay, hier kann ich, ja, hier, sieh, Ferron ist, äh, in Osidabeli, it's still, it's still, you see the Beatles, was, ja, yes, John Lennon, Paul McCartney, Es Ringo Stark. Oh, 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 oh. Si, 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 si vede, queste, 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 questi signore, insin, sono di Bavaria, sì. Etta hi, ich beim Bavaria. Und ein bisschen weiter, nach links, sieht man Pizzahut. Pizzahut waren, die Beatles haben in 1960 gespielt, das erste Mal in diesem Club, wo es geschrieben war, aber es ist noch nicht in diesem Club, weil es verändert hat, es verändert hat. Das ist der Top 10 Club. In diesem Gebäude, auf der rechten Seite, wo es geschrieben ist, Pizza Hut, in früheren Zeiten war es der Club der Top 10. Und die Beatles haben dort die erste Mal in 1960 gespielt. Das war der Club, in diesem Gebäude, Pizza Hut. Da, da, da. Abene, ihr seht. Die belle donne in vitrine. Herbertsstrasse und Lamenten. Pizzahut. Ja, es gibt eine Straße hier, die heißt Herbertsstrasse. Es gibt eine spezielle Mädchen, die sich hinter den Fenster befinden. Es ist nur laut für Menschen, die in die Straße zu gehen. Und wir können pfchen, in fest zum Handeln und für sie. Und hier ist die Davidswache. Ja, Polizia der Morga, das ist der Davidsfachmann, der größte Polizistation hier in Hamburg. Jetzt, der letzte Mal, okay. Ja, das ist der Hörbautstraße. Entschuldigung, für Männer unter 18 und Frauen verbunden. Ja, das ist der Name, das ist der Stadte Speziale. Wir haben quasi die gleiche Amsterdame. Wir sind auch nahe bei der Seite. Wie ist die Straße? Die Straße wie Amsterdame. Ja, das ist die Straße. Die Straße wie Amsterdame. Ja, hier ist die Straße. Das ist die Straße. Das ist die Straße. Das ist die Straße. Alle sehen die? Ja? Die Straße mit den красen fonsolgen. Was? Was, was ich? Was ich habe, was ich habe. Ich habe alles, was ich habe. Ich habe das eine riesige Kamera conferences, da hat mich nicht mehr Leute gefiada. Nicht sex, nor dat ne. Kare senyori, senyori. Al mio orologio è alle dieci e tredici. Dieci e te. Das ist molto importante. On my clock, it is now 10.13. 10.13 10.13 Per favore, sempre punctuale. Always be very, very punctually. Back to the bus. Noi facciamo adesso una passeggiata. Si paga per i gabineti 60 centesimo. Per favore, punctuale. Noi stiamo qui. Un momento. Noi. 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 Wenn der erste ist, dann können wir die erste rausgehen, dann können wir die erste rausgehen. Hier ist der Ort von Hamburg. Schau mal auf die Straße! Hier ist es eine große Herausforderung. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir haben einen Hamburger. 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 Wir werden ein Santa Barbara, Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Ich habe die Fotografie vorbereitet. Ich habe die Fotokameras vorbereitet. Wir sehen, dass es ein schönes Teil des Hamburger im Kanal ist. Alle meine Kanzini ist hier. Oh, ja! 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 Stop! Okay, stop! Okay. Wir haben die Fotografie. Sie sehen die Fotografie im Kanal. Wir haben die Fotografie. Die Fotografie ist hier im Kanal. Und dann sieht man die Fotografie hier. Die Fotografie. Die Fotografie. Das ist eine der schönsten Teil hier in Hamburg. Das ist ein sehr guter Punkt. Das ist die Fotografie. Wir haben die Fotografie im Kanal. Wir haben auf der rechts, in der Miniatur Van der Land. Und es ist das größte Flugzeug im Kanal. Das ist die Flugzeug im Kanal. Das ist die Miniatur Van der Land. Und es gibt 10,000 trenen mit 15,000 Fahrzeugen. In der Nähe von 15 Kilometern. In der Nähe von 15 Kilometern. Ja, meine Damen und Herren. Das ist die Konstruktion der Erwanderungswahl. Von der neuen Konzertal. Es braucht zuerst, dass sie für diese 115 Millionen Euro haben. Aber wenn es bereit ist, dann ist es erhöht.